Hier oben, wo ich jetzt stehe, wurde der Film Genesis Terminator gedreht mit Arnold Schwarzenegger. Ziemlich am Ende des Films seht ihr die Szene. Genau hier oben wurde die Szene gedreht. Heute tolles Wetter hier in San Francisco. Kein Nebel, man kann die Brücke wunderbar sehen. Vor allen Dingen auch Elke Dresd da hinten. Da sind wir morgen zu Gast. In diesem Sinne seht ihr alles im Reisemagazin komplett. Die 25 Tage USA unter ble-tv.de auf YouTube. Bis dahin. Ciao, ciao.